Musik 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 Ok Juliet, Juliet, ich hab deine Waffe gesehen Miko Hauptsache du bist ein richtiges Arsch Juliet, Alter, geh weg von mir Ich sag dir Ich schlag dich mit meiner Faust Mit der Axt Zack, zack, zack Hä? Alter Juliet, ich Ich warne dich Oh oh Ich Weil er mich verfoltert Ja gut, dann töte ihn an, ah ne Moment, da lebt da noch einer Warte, bleib du stehen, Oskar, bleib du stehen Der dahinter, hä? Ich hab dir die Waffe Ey komm, geh weg, Echo, geh weg, Echo Ich schieße dich kaputt, die Axt Der dahinten ist bestimmt Traitor Alle die näher kommen, alle die näher kommen Töte den Grün Ja, nicht mich Hä, was mach, Alter, ist der letzte, der letzte Oh Warte, darf ich bitte kurz an mein Messer Oh fuck, okay, kein Problem, wenn wir da gern Ähm Oh, das wär so schön gewesen Oh, Charlie Willst du dich bitte töten lassen? Oh fuck Mach die Tür ab Hinter dir, hinter dir NEIN Komm her Los Los Nein, um rein Lass mich auf Lass mich auf Oskar Fuck Ich treffe nicht Nein Hä? Ich habe getroffen bei mir Endlich Also, ich hab kein, kein Blut gesehen, aber es war genau da, wo du standest Charlie Ja Willst du dir die Waffe holen? Ja, die will ich mir holen Ihr seid ihr, man liebt Ey, lass ihm die doch Bitte Komm, werf doch das Messer hoch Nö, nö, ich mach überhaupt nicht, was du mir sagst Weil du bist ja ein schlichte Mensch Du hast den Menschen im Ohr Du hast Schocheln gelogen Ich bin Nico Werf doch das Messer hoch Mach mal, komm Vielleicht triffst du Ich treffe eh nicht Ja egal, mit ein bisschen Glück, das wär voll cool Okay Okay Ah, ein bisschen höher vielleicht Du musst noch nachladen, oder? Ja Oh Boah, daneben Zack Oh, auch daneben Nein, 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 nein Hey, ich hab dich getroffen Oh, ja Ich glaub, er hat dich getroffen Ich bin gar nicht wert, aber ich glaub schon Ja Ja, für nur Weite reinschießen in die Furze Ich hab mich einfach alle die ganze Zeit selbst umgebracht Ja, aber das hat dir trotzdem geholfen, um zu gewinnen Du gehst über Leichen für dein Ziel Ja Ja, ihr seid beide schlechte Menschen Ich wär ein schlechter Mensch Ja, echt, ey Dann sagt einfach hier Ja, mach ich Und? Manchmal muss man im Leben auch mal wieder weitermachen Oh, was? Was ist denn geschehen? Da ist die Waffe Oh, hier überliegt deine Waffe Hast du die weggenommen? Ja, er ist... Lima ist Dingens, der konnte die Waffe nicht aufheben Hä? Ich hab mich auf E gedrückt, du Spacko Man muss nicht E drücken Ja, eben Ich erschien... sag ich doch Ja, ist es Ist es Komm her, lieber Kubi Was... was ein geiler Beweis Richtig cool Ja, absolut Ich sag doch, ums E drücken Ich wollte es so tun, als würde ich dir aufheben Und Dato, du bist gestorben Ja, ich weiß, gleich am Anfang Das war ja wohl die geilste Überführung der Welt, ey Ja, du bist so ein Detektor Lass mal alle treffen im Real Life, damit ihr mir auf die Schulter klopfen könnt Ja komm Kannst du mal im Bett schlafen Simon, das Angebot machst du mir voll oft, ich glaub du willst das Ja Okay Hast du da ein Messer? Charlie Juliet, Juliet, Juliet Juliet Ich hab nichts für Geh weg, geh weg, ich erschieß dich Ja, und dann hast du die Waffe nicht mehr, und dann, was tust du denn? Was tust du denn? Oscar, Oscar Charlie Jetzt hab ich keine Waffe mehr, das ist natürlich schade Zack, 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 zack Alter, bravo, geh weg von mir Oh, ich bin, ich bin überhaupt nicht böse Kuschelst voll mit mir, das macht mir Angst Also, Charlie kann es nicht sein Achtung, bravo kommt, Achtung Ja, warte, ich will die Waffe haben, warte noch mal, nein Nö Nö Wie lange dauert das denn? Selber schuld, Manu, ich hab dich gewarnt Äh, hast du alle umgebracht, Oscar? Nein, noch nicht Noch nicht Lag hier oben irgendwo die Waffe Ja, ja Nö, die liegt unten, ist runtergefallen Oh, ich muss noch nachladen, kannst du kurz warten? Grundsweise Aha Okay Wo bist du hin? Ins Zimmer Ist direkt hinter dir Ach so, soll ich zu dir kommen? Ja Oh, ja Du warst oben auf der Tür, oder? Warst du oben auf der Tür, ich hab deine Füße gesehen Alter, ja, ich hab ihn beim Spektaten gesehen sogar ig Ehh Ul concentrations Er war Aber du warst oben auf der Tür, oder? Du warst oben auf der Tür, ich hab deine Füße gesehen Ja, ich hab ihn beim Spektaten gesehen sogar Matt Ohne Scheiß, Osmaldadus, ich hab mal nur deine Füße um auf der Tür zu sehen. Ja, man hat die volle Kanne gesehen, aber er hat einfach nicht gecheckt. Ja, einfach ein Huren. Einfach ein Huren. Einfach ein Huren. Huren. Hur, 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 hur. Ich hab zwei Leute direkt abgestochen, dann kam noch einer der dritte. Dann kam noch einer der dritte. Der dritte. Die will ich übernommen jetzt, die mag ich irgendwie. Komm alle zu mir, ich will euch etwas zeigen. Hi, bis Charlie. Wie bist du denn? Ich bin Juliette, ein ganz Südschiffer. Hallo, Foxtrot. Oh, Foxtrot. Leute, du heißt Juliette, du bist aber Mann. Du bist ein Mann. Es ist Lima. Es ist Lima. Ey, es ist irgendwas mit L. Lima. Okay, liegt eine Leiche auf jeden Fall. Boah, mir kommt immer wieder die Kotze. Kenn ich. Da ist, da ist er. Boah, ich hab, wo ist mein, wo ist mein Messer? Nein, nicht schießen, Foxtrot, ich bin lieb. Ich schwöre. Foxtrot, nein, bitte nicht. Wo ist mein Messer? Ich hab mein Messer nicht gehabt. Wo war er es? Ja, in mir. Wahrscheinlich. Ah, stimmt. Hey, November. Ich zeig dir was, ich zeig dir was. Hey, November, na? Ich wollte das Atom. Ich wollte das Atom. Oh. Wer bist du? Wer bist du? Wir stecken uns hier in den Schrank. Warum bist du schwarz und weiblich? Ich klebe da rein. Oh, sieh das, du hast so einen coolen Blick. Mach zu. Ja, okay. Das sieht so wehnernd aus. Stell dich mal ein. Ich will dich gerne mal. Okay. Aber sie sehen mich, glaube ich nicht. Oh, ja. Jetzt guckst du gerade voll gelangweilt. Ja, ich glaube auch. Oh, da ist ein Juliet. Da oben sind drei Leute. Das ist aber gefährlich. Komm, lass uns zu Juliet. Oh, ich. Ah, nee. Du bist Romeo und Juliet. Los, geh rein. Ihr müsst ein Liebespaar sein. Ja, Juliet. Wo ist sie denn, Juliet? Neben dem Sofa. Ach, hallo. Hi. Juliet. Guck mal, mein Arschloch. Okay. Guck mal. Oh, ist ganz schön groß. Ja, ich hab ein... Hast du etwa schon wieder am Wochenendtrip mit Handel gemacht? Ja. Komm, Mensch, lauf mich zu. Ich komm. Ich komm, hallo, Janky. Ah, der gleich da runterspringt. Klar. Kommt einer mit mir in der dunkle Gasse? Nee, Romeo ist eigentlich vertrauenswürdig. Ich würde euch nichts zu tun haben. Kommt mit mir in der dunkle Gasse. Ja, wir hätten mich gerade eben wieder so oft umbringen können. Hallo, ich will gerne in der dunkle Gasse gehen. Okay, komm mit. Okay, lass mal ficken. Komm mit. Nee, da geht's doch lieber nicht mehr. Oh ja, kommt schon. Hier ist aber... Wie viele passen hier rein? Ich glaub nur zwei, ne? Wie viele? Was? Du kriegst die Tür noch nicht mehr so... Kannst du gar nicht mehr rein? Kannst du nur noch ein bisschen mehr in die Ecke oder so? Nee. Ah, so. Über diesen Regal. Ah ja, jetzt. Ah geil. Cool. Scheiße, ich kann nicht mehr... Oh, wenn November jetzt der Tate da ist. Ja, Cenkie, Cenkie, geh mal da zu der Tür. Da zur Tür, zum Eingangstür. Und dann, da stell dich mal vor, die Tür rechts. Da drin. Nein, da drin ist auf jeden Fall einer der Bösen. Da drin ist einer der Bösen. Nein, ich bin nicht böse. Ist da eine Leiche drin? Ist da eine Leiche drin? Nein, nein. Wir leben noch beide. Von denen ist einer der Böse, auf jeden Fall. Von denen ist einer der Böse. Ja, es ist Romeo, Romeo. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Hey, ich war's nicht. Ich hatte nur Blutungen im Kopf. Siehst, ich wusste es. Ich glaube, du bist der Traitor, Simon. Ja, richtig. Rezipulöst, sag ich mal. Wie Gollum, Alter. Junge, ich hab dich weggeputzt. Alter, du hast geguckt wie Gollum. So, nein. Mein Schaun. Am liebsten mag ich es, wenn ich die Secret Weapon hab. Ja. Da ist man immer so secret. Ja. Ja. Hallo, Leute. Das ist ein richtiges Geheimnis. Oh, ich hab nur Hände. Warum hab ich nur Hände? Hier liegt immer noch eine Leiche. Bei mir liegt immer noch der Tote da. Hi, Yankee. Hatte ich vorhin auch. Ich glaube, Yankee ist der Herr Traitor. Ge weg von mir. Du sagst immer beim ersten, wenn du siehst. Ich glaube, wie er ist es. Weg, Whisky, geh weg. Ja, weil du so geguckt hast. Will die Tote zu machen. Du hast mich angeguckt und richtig creepy gesagt. Hallo, Yankee. Golf, 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 Golf. Golf, Golf, Golf. Ja, Golf ist creepy, ne? Ich bin auch der Mörderer. Du darfst dich mal betrachten. Am Anfang, ich stand. Äh, Golf, geh weg. Ich bin, warte mal, nö, 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 nö. Geh ich nicht. Jetzt töte ich dich. Jetzt töte ich dich. Ahaha. Ich töte dich mit meinen Händen. Pass auf. Ich mach das jetzt. Einfach erwöhnen. Ja, ja. Bist du nicht, Golf. Oh, hier ist ein Piano. Mit dem Golfball. Jetzt ein Klavier kommt zurück. Nee, nee. Ich spiele dir was vor. Oh Mann, bitte. Nein, da hinten ist Golf in der Ecke. Wer ist das? Oh, wie Elise. Wer ist das? Es ist X-Ray. Wer ist das? Hilfe, wer hat die Waffe unten. Es ist X-Ray. Der mit dem blauen T-Shirt? X-Ray. X-Ray, ja. Äh, habt ihr euch schon mal die Tasten des Klaviers angeguckt? Wie scheiße die einfach aussehen? Ist das der mit dem blauen Pullover da? In der Mitte, das bin ich. Ich bin Yankee. Ach, da oben ist er. Da oben an der Treppe war der. Da oben an der Treppe. Da oben an der Treppe. Ist ein brauner Pullover. Oben, oben. Okay. Bist du Alpha, Simon? Ich bin Alpha, ja. Und da oben an der Treppe war einer mit dem Messer. Du würdest natürlich nicht einen anderen Weg gehen. Ach man, ich hab gerade einen Heat vorgespielt. Damit ich einfach getötet habe. Richtig schönen Heat. Was bist du? Ja, hi. Tür dafür mal alle. Wo ist der hin? Simon, Tür dafür alle. Am besten links auf dem Gemälde. Bitte, komm. Nein, ich nicht. Okay. Wo ist denn der X-Ray? Da hier ist eure Wache. Wo ist X-Ray hin? Weiß ich. Aber wir teilen das auf. Das ist das sicherste. Wie noch auf Filmen. Hier ist einfach ein Baby als Objekt, das man nehmen kann. Oh ja. Auch Salz, um es auf den Boden zu schreien. Da ist Whisky. Aha, okay. Ja. Alter, der ist einfach weg, der Typ. Ja, er versteckt sich irgendwo. Vielleicht. Ich triss ihn auch gar nicht. Vielleicht ist Yankee ja der Böse. Ich trinke mich. Ich trinke mich. Ich trinke mich. Oh, da ist er. Oh, das war Whisky-Falster. Ja, Gott. Alter, der ist schon erschossen. Alter. Nein, ich trinke mich. X-Ray, da ist X-Ray. 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 Ach, Mann. Hallo Whisky. Wo ist der hin? Alle verfolgen. Oh, Simon. Ich habe mich sauer aufgetroffen. Oh, nein. Aber jeder hat eine Waffe und der töte trotzdem alle. Ich habe mich sauer aufgetroffen, aber ich finde ich... Ich... Richtig wirklich... Ja. 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 Richtig weggeflogen, ey. Voll verdient. Der hatte eine Waffe und alle haben versagt. Junge, ich habe mich schon dreimal getroffen. Oh, das sind Schuhe. Wer hat Hilfe gerufen? Bravo, mir gefällt irgendwie dein Rönigst Ding. Ich, weil Manuel mich... Sieht nicht gut aus. Hier, den nehmen die Stinkschuhe. Ich bin auch Murderer. Ich bin Murderer. Bist du Bravo, Manu? Ja, ich bin Bravo. Okay. Wer bist du, Lima? Bravo. Das ist Zegler, das ist Zerritisch. Hallo, Bravo. Ui. Oh ja, komm rein. Geh mal da rein. Geh mal bei der rein. Man schafft es nicht. Geh alle mal da rein, bitte. Warte. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Alter, jetzt steck ich fest. Wir gucken jetzt, was passiert, Bravo. Wenn einer stirbt, dann... Ich bin egal. Was los ist? Ey, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt der... Er ist tot. Lima, ich hab Angst. Lima, bitte. Lima, du guckst so hässlich. Alter, du guckst so hässlich. Lass mich raus. Lass mich raus. Warum, du krankst. Ich glaube, er ist tot. Lima. Lima steht da wie so behindert. Ich bin auch Lima. Ja, ich bin zwei Lima. Alter, schreit. Bitte lass mich raus. Bitte. Geh weg von mir, Bravo. Ich glaube, dass du Mörderer bist. Ich glaube, India... Nein, der hat eine Waffe. Bitte lass mich raus. Bitte lass mich raus. Du hast nämlich gerade immer so komisch zu mir geguckt und dich geredet. Alter, sag mal, einer, ey. Einer von den dreien ist es. Ich glaube, Lima. Ich glaube, Lima. Wer ist denn Lima? Schieß einfach mal rein. Schieß einfach mal rein. Ich bin es nicht. Alter. Scheiße. Oh Gott. Jetzt ist da jemand tot. Der, der in Ecke ist es. Ja, der konnte die Waffe nicht aufhelfen. Ich muss nachladen. Ey, daran hat man schon wieder gesehen, dass es jemand der Traitor ist, weil er in der Ecke war und es sich aufgehoben hat. Ja, aber deswegen hab ich euch dann direkt getötet, ganz schnell. Oh, wie lange du gewartet hast. Ich hab voll erwartet, dass du den sofort tötest da drin. Oh, ey, 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 ey. Boah. Hello, Charlie. Hey, my name is Charlie. Und ich denke, dass Papa der Mörder ist, weil Papa... Oh, Papa. Oh, warte mal. Papa hat den Totenkopf eingesammelt. Lass mir dir vorstellen. Er kommt dir nie wieder raus. Nimmst du mal bitte stehen, Charlie, bitte. Ja, mach es. Du siehst so hässlich aus, Charlie. Siehst so hässlich aus. Ey, wenn der jetzt Mörder ist. Oh, ist nicht aus. Ey, mach das Licht an. Du hast Licht ausgemacht. Du bist jetzt Licht ausgemacht. Ich glaube, Whisky ist es. Ich lasse den Hörzaufer drin. Wenn der Mörderer ist, dann sind wir sicher. Für immer. Whisky hat das Licht ausgemacht. Whisky hat das Licht ausgemacht. Tötet Whisky. Warum sollte jemand das nicht ausmachen, wenn er nicht der Mörderer ist? Ich hab schon so oft das Licht ausgemacht. Da durch die Wand, durch die Tür, macht er ein Sporzezeichen. Hilfe, Hilfe. Und sein Kopf, sein Kopf hängt durch. Wie geil. Whisky. Warte mal. Whisky, geh in den Stank da rein. Ey, Alter, töte mich mal bitte nicht. Guck mal weiter. Guck nach unten. Jetzt leicht nach oben. Weil ich es nicht mehr glaube, dass ich das vorgebrachte ist. Geh da rein. Geh da rein. Weiter nach oben. Geh da rein. Alter, das sieht so geil aus. Geh in den Schrank rein. Geh in den Schrank rein. Ey, er macht es nicht. Whisky, geh nicht in den Schrank rein. Er macht es nicht. Whisky, geh in den Schrank rein. Geh rein in den Schrank. Komm. Geh rein. Und jetzt bist du selbst dafür mal drin. Komm raus, Madal. Komm. Schleich davor. Schleich davor zu mir. Schleich davor. Ey, er hat einen getötet. Papa ist es. Da ist die Leiche drin. Da ist die Leiche drin. Nein, er hat mich angelogen. Oh Gott, es sterben ja alles. Hey, da ist die Leiche drin. Guck doch. Warum ist das nicht mehr? Ich bin nicht raus. Das ist meine Leiche von der vorherigen Runde. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe dazu, du. Okay, Echo. Echo muss es sein. Echo oder der andere. Ich bin nicht. Hä? Whisky oder Echo. Der andere konnte nämlich die Waffe aufheben. Nein, Whisky, ich war da im Schrank. So. Ach, Gott sei Dank. Ich bin nicht.